Liebe Studierende, willkommen zur zehnten Videoübung des Semesters zum Thema Laserkühlung eines Atoms. Wir betrachten folgende Abbildung. Ein Wasserstoffatom bewegt sich von links nach rechts mit einer Geschwindigkeit von 1000 m pro Sekunde. Das Atom befindet sich in seinem elektronischen Grundzustand. Ein Experimentator richtet von rechts eine Laserkanone auf das Atom und schießt einzelne Photonen darauf ab. Die Wellenlänge des Lasers sei bis herunter auf 100 nm frei einstellbar. Damit ein Photon vom Atom absorbiert wird, muss seine Frequenz einer elektronischen Anregungsfrequenz des Atoms entsprechen. Bei so einer Kollision gilt die Impuls- und Energieerhaltung. Wir nehmen an, dass das Atom unmittelbar nach einer Kollision und Anregung wieder durch Aussenden eines Photons in eine zufällige Richtung im Grundzustand relaxiert. Das zufällige Aussenden der Photonen führt im Mittel zu keiner Impulsänderung. Der Experimentator möchte das Atom durch gezielten Photonenbeschuss und mit so wenigen Photonen wie möglich zum Stillstand bringen, d.h. kühlen. Um die Anzahl der nötigen Photonen zur Kühlung des Atoms zu eruieren, fragen wir uns zuerst, welche ist die größtmögliche Frequenz des Lasers, die eine Anregung, d.h. eine Photonenabsorption, beim Wasserstoffatom aus seinem Grundzustand erlaubt. Und auch, wie groß ist der dazugehörende Impuls des Photons. In der Vorlesung haben wir beim Boschen Atommodell gelernt, dass man sich die erlaubten Energieniveaus des Elektrons um den Kern hierarchisch nach diesem Energieschema vorstellt. Die Quanten ganzen Zahlen n nummerieren die Niveaus, wobei n gleich 1 als Grundzustand definiert ist. Eine Anregung aus dem Grundzustand n gleich 1 in einem höheren Niveau benötigt nach dem Boschen Atommodell ein Photon mit der Frequenz, nennen wir diese µ Laser, gleich Ritschberg'sche Konstante R mal 1 über n1 im Quadrat wobei n1 gleich 1 als Grundzustand vorgegeben ist und n2 den Endzustand der Anregung via einem Photon nummeriert. Damit Kollisionen stattfinden, muss diese Laserfrequenz einer Anregungsfrequenz des Wasserstoffatomspektrums entsprechen. Der Laser erreicht nur Frequenzen bis zu 3 mal 10 hoch 15 Hertz bei einer Wellenlänge von 100 Nanometer, was maximal den Übergang von n1 gleich 1 zu n2 gleich 3 mit einer Frequenz von 2,92 mal 10 hoch 15 Hertz erlaubt. Der Impuls eines Photons ist allgemein durch folgende Formel gegeben. Nennen wir der Impuls des Photons Pi-Photon, das ist gleich Planche Konstante mal Frequenz geteilt durch Lichtgeschwindigkeit. Deshalb größer für Photonen höherer Frequenz. Der Impuls der erlaubten Photonen bei diesem Übergang ist somit gleich 6,45 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm Meter pro Sekunde. Frage B. Wie viele Photonen mit dem oben berechneten Impuls der Aufgabe A sind dann für die Laserkühlung des Atoms nötig? Der Impuls des Atoms wird durch die Kollision mit Photonen verringert. Der Impuls des Atoms beträgt anfangs, können wir dies als P-Atom definieren, das ist die Masse des Atoms mal Geschwindigkeit des Atoms, in unserem Fall 1000 Meter pro Sekunde. Dies führt zum Wert von 1,68 mal 10 hoch minus 24 Kilogramm mal Meter pro Sekunde. Das heißt, man braucht also N-Photonen definiert als Impulsatom, geteilt durch Impulsphoton, das ist gleich 261 Photonen, um eben das Atom abzubremsen. Mit dem Teilchencharakter des Lichtes kann man auch einen Impuls des Photons einführen, sodass sich Kollisionen zwischen Materie und Licht nach dem Teilchencharakter von beiden in gewöhnlicher Art und Weise behandeln lassen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.